Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin der Heinz und komme aus dem schönen Weinheim in Oberbayern. Ursprünglich komme ich aus dem Handwerk und hatte viele Jahre eine sanitären Heizungsbaufirma mit 20 und mehr Mitarbeiter. Was es bedeutet, die Verantwortung für 20 Mitarbeiter zu haben, glaube sieht in der heutigen Zeit jeder. Geschweige vom Stress, Termine, schlaflose Nächte und wer hat wieder mal nicht bezahlt. Das war mit die Ursache für meinen Bluthochdruck und Gehörsturz mit Tinnitus. Heute bin ich vital und fit, kann machen, was mir Spaß und Freude macht. Gesundheit hatte ich immer schon im Fokus, aber das war unter gegebenen Umständen sehr schwierig. Vor einigen Jahren habe ich durch Zufall erfahren, wie es möglich ist, Herz und Kreislauf zu stabilisieren, die Adern wieder flexibel werden und das ohne Medikamente. Diese Erfahrung will ich dir heute weitergeben, wie auch du das für deine Gesundheit nutzen kannst. Dein neuer und einfacher Weg für ein gesundes, langes Leben, vital und fit. Zuerst habe ich eine Frage an dich. Was ist die Todesursache Nummer eins in Deutschland? Hier die Antwort. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland die Todesursache Nummer eins. So war auch die häufigste Todesursache im Jahr 2020, wie schon in den Vorjahren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allein 35,3 Prozent aller Sterbefälle waren darauf zurückzuführen. So im Jahr 2020 waren es 331.200 Todesfälle in Deutschland bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen laut Statistischen Bundesamt. Ich zeige dir hier einen neuen, einfachen Weg, wie man dem präventiv entgegenwirken kann. Schau dir unbedingt das Video bis zum Ende an. Ich habe am Ende zwei wichtige Info-Geschenke für dich. Und dazu habe ich noch eine Frage an dich. Kennst du L-Aginin? L-Aginin ist eine basische Aminosäure und ist für deine Stückoxidproduktion im Körper verantwortlich. Die Stückoxidproduktion nimmt im Laufe deiner Lebensjahre deutlich ab. Dazu habe ich dir hier ein Bild mitgebracht. Und dies eben sehr verdeutlicht. Jetzt brauche ich meine Brille dazu. Hier sieht man, wenn man 20 Jahre alt ist, hat man noch 100 Prozent Stückoxidproduktion. Wenn man 30 Jahre ist, sind es schon bloß noch 80 Prozent. Bei 40 Jahren sind es 50 Prozent. Und mit 50 35 Prozent. Und ab 60 wird es schon schwierig. Da werden die Adern und Arterien immer härter. Und das führt natürlich zu Bluthochdruck, Herzinfarkt und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir präventiv für unser Herz-Kreislauf-System etwas geben, was der Körper selber nicht mehr so produziert. Und das sind eben die Stückoxidproduktion. 1998 sorgte die Aminosäure L-Aginin erstmals als Wundermolekül für Schlagzeilen. So erhielten drei Wissenschaftler für die Erforschung des Zusammenhangs von Stückstoffmonoxid und einem gesunden Herz-Kreislauf-System den Nobelpreis für Medizin. Über 3000 Studien belegen die erstaunlichen gesundheitlichen Wirkungen der Aminosäure L-Aginin. Jetzt kannst du L-Aginin in der Apotheke kaufen. Es hat nur den Nachteil, bei Einnahme von reinem Aginin sinkt der Aginin-Spiegel im Blut bereits nach einer Stunde wieder auf die Hälfte ab. Und der Effekt ist dann schnell verpufft. Erst das L-Citulin und die B-Vitamine garantiert ein langsames Absinken des L-Aginin-Spiegels im Blut. So gibt es eine Nahrungsergänzung mit den Inhalten von L-Aginin, L-Citulin und B-Vitamine, B6, B12, Vitamin C und Vitamin D und Vitamin K. A. Jedes Vitamin spielt eine wichtige Rolle bei den allgemeinen Körperfunktionen. Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Nerven- und Immunsystems bei, sowie zu einem normalen psychischen Zustand und der Linderung von Müdigkeit und Erschöpfung. Auch Vitamin B6 und B12 haben zum Teil diese Wirkung, spielen aber auch eine bedeutende Rolle bei normalen Bildung von roten Blutkörperchen und dem Stoffwechsel. Vitamin K hat eigene Vorteile und ist wichtig für den Erhalt gesunder Knochen und der Blutgerinnung. Die Wirksamkeit von der Nahrungsergänzung wurde durch Studien von Dr. Joseph Vandergast am High Desert Institut in Kalifornien durchgeführt. Diese Nahrungsergänzung hat mir zu einem gesunden Leben verholfen. Kein Tinnitus, kein Pfeifen in den Ohren, Ausdauer im Sport und Beruf und die Liebe macht auch wieder Spaß. Diese Nahrungsergänzung wird auch das gesunde Viagra genannt, aber dazu mehr in dieser Gruppe. Wirst du auch vital und fit bleiben oder werden, dann lass uns gemeinsam den neuen, einfachen Weg gehen. Ich stehe dir für Fragen und Unterstützung immer zur Verfügung. Jetzt wirst du sagen, was kostet mich der Spaß? Die Frage ist, wie viel ist dir deine Gesundheit und dein Leben wert? Wenn du sagst, mir geht es soweit ganz gut, aber ich will präventiv etwas für mein Herzkreislauf und meine Gesundheit tun, dann reicht eine Portion von dieser Nahrungsergänzung. Es gibt eine Monatspackung mit 30 Portionen, jeden Tag eine Portion, am besten dafür zum Frühstück. Nimmst du ein Glas Wasser, schützt diese Nahrungsergänzung rein, rührst um, lass das vielleicht nur eine Minute stehen, dass ich das richtig auflösen kann, die Zeit haben wir jetzt nicht und rührst das um und ich kann nur sagen, es schmeckt fantastisch. Ich liebe das Produkt, ich nehme es zweimal am Tag und deswegen geht es mir so gut. Und eine Monatspackung, inklusive Versand, kostet 86 Euro. Dies ist deine Investition in deine Gesundheit. Wenn du mehrere Packungen auf einmal bestellst, wird es billiger. Wenn du sagst, ich will es nur mal einen Monat ausprobieren, dann lass es lieber sein, das macht keinen Sinn. Denn dein Körper hat 40, 50 Jahre gebraucht, je nachdem wie alt du bist, bis er in diesem Zustand ist, wie er ist. Dann kann man nicht erwarten, dass nach einem Monat wieder alles okay ist. Das ist eine Nahrungsergänzung und kein Medikament mit drastischen Nebenwirkungen. Diese Nahrungsergänzung unterstützt damit deine Selbstheilungskräfte. Und das braucht Zeit. Minimum 3 Monate. Das kann dir auch jeder Arzt bestätigen. Solltest du Bluthochdruck haben oder sonstige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann unbedingt zwei Portionen am Tag. Eine früh und eine abends. Wenn du einen Herzinfarkt gehabt hast, dann unbedingt mit dem Arzt sprechen, ob du das nehmen darfst. So, wenn du jetzt sagst, in den nächsten 72 Stunden, ich gehe die nächsten drei Monate den einfachen Weg vital und fit mit Heinz, dann habe ich noch zwei Brune für dich. Ich schenke dir das Buch von Dr. mit Klaus Isert, trotz allem gesund. In diesem Buch wirst du noch viele wichtige Informationen erfahren für ein gesundes Leben. Ich kann dir das Buch nur empfehlen. Wenn du das nicht von mir kriegst, dann kauf es. Aber wie gesagt, wenn du drei Monate mit mir den Weg gehst, bekommst du es von mir geschenkt. Und du bekommst die deutsche Übersetzung der Studien von Dr. Brendergast als PDF von mir zugesendet. Da sind auch noch mal ganz wichtige Informationen drin, wie du dein Herz-Kreislauf-System gesund hältst und vor allem wieder noch jünger wirst und fetaler, wie du jetzt bist. Diese zwei Brune enthalten ganz wichtige Infos von Ärzten zu diesem Thema. Aber ich habe noch eine dritte Sache für dich. Die Firma ist von sich so überzeugt, dass sie dir eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Das bedeutet, du nimmst die Produkte drei Monate, du spürst nichts, du hast keinen Effekt, was ich nicht glaube. Dann schickst du einfach die leeren Packungen wieder zurück und du bekommst das Geld wieder zurück. Da gibt es kein Wenn und Aber. So, jetzt wirst du sagen, wie bekomme ich diese Nahrungsergänzung? Du kannst auf meine Internetseite gehen. www.fital-und-fit.info Und dort kannst du dich als Kunde auf dieser Seite registrieren, ganz unverbindlich und kannst praktisch deine Bestellungen ausführen. Du hast auch die Möglichkeit, dir einen Lieferservice einzurichten, sodass du nicht jedes Monat dran denken musst, so, jetzt muss ich wieder was bestellen, sondern das automatisch, je nachdem wie viele Packungen du brauchst, am Anfang des Monats zu dir nach Hause geliefert werden. Und wie gesagt, du bekommst deine Bestellung jeden Monat zugesendet und kannst dir sie mit einem Mausklick auch wieder abbestellen. Du bist auf dieser Seite zu nichts verpflichtet. Du hast Fragen? Dann sende mir einfach eine Nachricht über den Messenger. Oder sende mir eine WhatsApp und die Nummer lautet 0160 97 86 68 75 Stehe dir für Fragen und Infos immer zur Verfügung. Ich freue mich jetzt schon, eine Nachricht von dir zu bekommen und mit dir zusammen den neuen, einfachen Weg, vital und fit zu gehen. Für Tipps und Infos und für Fragen bin ich immer für dich da. Und dafür ist genau hier diese Gruppe. Sie soll zum Austausch von Erfahrungen dienen und Fragen in der Gruppe zu beantworten. Du wirst noch viele Infos in dieser Gruppe, vital und fit mit Heinz, bekommen. Ich freue mich jetzt schon von dir zu hören. Melde dich einfach. Gib mir Bescheid. Lass uns gemeinsam den neuen, einfachen Weg, vital und fit in die Zukunft starten. So möchte ich mein Video mit folgendem Satz beenden. Moderne Medizin kümmert sich um deine Krankheiten. Aber nur du kannst dich um deine Gesundheit kümmern. Ich danke dir, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich freue mich von dir bald zu hören. Bis bald. Bleib gesund. Euer Heinz. Servus. Mach's gut. Ich freue mich von dir.